Würdest du eher alle deiner Starpunkte ausgeben und dir diesen Skin kaufen, jetzt? Oder du veröffentlichst deine Adresse. Du musst sagen, Stadt, den genauen Bezirk, aber was du nicht sagen musst, ist die Hausnummer. Bist du in Ernst, Junge? Ja, kannst du entscheiden, Topdex. Das war ein Fehler, mit dir aufzunehmen. Topdex, da gibt es nur eine Möglichkeit gerade. Und das ist... Digga, ich veröffentliche doch nicht meine Adresse, Alter. Also das... Ne, ne, ne. Ach, Digga, dieser Skin ist auch so hässlich, ey. Ja.